kommen wir zum dritten und letzten text vom monat juni ich habe das torten das tortengolem sage ich schon ich habe das trankgolem thema gewählt für mich mein text heißt die prüfung marius spülte gerade die letzte flasche mit salz aus er hatte sich auf diesen zauber für seine prüfung monatelang vorbereitet golem zauber brachten immer die höchste punktzahl wenn sie glückten er würde dann sein magier abitur mit summa cum laude abschließen und könnte im heilerzweig der höchsten magischen universität deutschlands studieren magischer chirurg war sein traum beruf er hatte sich schon immer für den menschlichen körper interessiert und ihn zu heilen war sein traum dann kam der tag der sommersonnenwende der tag an dem klassischerweise die abschlussprüfungen durchgeführt wurden bevor es für alle dann in die sommerferien geht marius hatte sich überlegt dass es doch sinnvoll wäre wenn die tränke die man für seinen späteren beruf benötigte auf zuruf zu einkommen die dafür notwendige sigille damit die kleinen flaschen golems auf ihn hörten hatte er vor monaten entwickelt und mehrfach getestet alles würde wie am schnürchen laufen er betrat den raum der prüfung die altmeister die für diesen bezirk für die prüfung zuständig waren saßen an einem langen tisch es waren vier an der zahl für jeden prüfling an diesem morgen ein mit in der prüfung waren drei seiner härtesten konkurrenten wobei er mit zweien befreundet war die magierin akiko und der magier abeku waren seine besten freunde und er freute sich mit ihnen zusammen zur prüfung antreten zu können rechts von ihm war aber der typ der ihm schon seit schulbeginn das leben zur hölle machte michael ein ausgemachter schwarzmagier aber solche muss das auch geben aber er hasste ihn für seine boshaftigkeit ständig wurde er von ihm getriezt wie konnte nur jemand der so gut aussah so böse sein sie alle gingen an ihre arbeitsplätze und begannen mit ihrer prüfung marius zog sofort einen bankreis damit die flaschen golems nicht vom tisch springen konnten wenn sie erst einmal zum leben erwacht waren sonst müsste er sie hinterher jagen er musste nämlich fünf herstellen das war die auflage unter der sein prüfungszauber schlussendlich zugelassen wurde er nahm die vorbereiteten fläschchen aus seiner tasche legte daneben den leben und dann sprach er die magischen worte formte den leben um die flaschen und ritzte diese gillen in den leben anschließend stellte er nach und nach fünf kleine männchen in den magischen kreis rechts neben ihnen bebte es und aus michaels arbeitsplatz stieg grünlich blauer rauch und eine höllenschlange drang aus seinem reagenzglas flog eine schleife durch den raum und verschwand wieder im reagenzglas was ein angeber bestanden sprach der alten margus und michael verneigte sich was glotzt du so kümmere dich lieber um dein spielzeug rief er zu mir herüber als er meinen blick merkte ich konzentrierte mich wieder auf meinen zauber und sprach die letzten worte der lehm zog sich enger um die flaschen zusammen und wurde glatt die kleinen flaschen golems öffneten die augen und sprang fröhlich brabbelnd aus dem kreis heraus und vom arbeitsplatz herunter der trank golem zauber war geglückt aber der kreis der sie im zaum halten sollte hielt offensichtlich nicht marius jagte hinter dem kleinen flaschen golems hinterher und fing einen nach dem anderen ein hielt sie hoch und befahl ihnen stehen zu bleiben nach diesem ersten befehl mit berührung hörten sie auf sein wort und reiten sich vor dem alt margus auf mist bei einer schutzvorrichtung zu versagen hieß in der regel bei der prüfung durchzufallen der alt margus stand auf sagte nichts es war wirklich vorbei er ging zu seinem kollegen und alle vier gingen um den tisch herum zu marius arbeitsplatz marius hatte sich so auf seine aufgabe konzentriert dass er nicht mitbekommen hatte dass seine zwei freunde schon bestanden hatten die vier alten prüften seinen arbeitsplatz und kehrten zu ihren plätzen zurück entschuldige dass du warten musstest ich habe dein tun sehr genau beobachtet und du hast keinen einzigen fehler gemacht dein kreis ist perfekt die durchführung des zaubers war tadellos und die golems hast du sehr schnell wieder im griff gehabt es konnte ja niemand damit rechnen dass der raum beben würde dank deines klassenkameraden kam es zu einem haares in deinem tisch da sie damit nicht rechnen konnten haben wir beschlossen sie bestehen zu lassen summa cum laude herzlichen glückwunsch er wandte sich an seinen kollegen meine herren wir brauchen im nächsten jahr wohl bessere tische unsere prüflinge werden in dem was sie tun immer ambitionierter was ist eigentlich aus den guten alten feuerbällen geworden die hatten doch früher auch immer gereicht er hatte bestanden er konnte es nicht fassen er hatte wirklich bestanden mit auszeichnung so das war mein was passiert danach für den monat juni wenn euch das was passiert danach gefallen hat wenn euch das video gefallen hat lasst doch einen daumen nach oben da teilt das video kommentiert das video oder abonniert meinen kanal im nächsten video stelle ich euch das was passiert danach für den monat juli vor auf 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 Vielen Dank.